Musik Hermann Gerdes weiß, wie es sich anfühlt, einen Bundeschampion zu reiten. 2013 holte er mit Cindy den Titel. Dieses Mal hat er Cindys Tochter dabei, die Stute, ein Ebenbild ihrer Mutter. Die Nachkommen der Cébon sorgen in Warendorf immer wieder für Aufsehen, denn der Züchter Peter Wendeln hält an seiner Anpaarung fest. Sir Donnerhall mal Fürst Heinrich, sein Erfolgsrezept. Die haben einen super Trunkgang-Garten, die haben das Exterieur, das Interieur, das Herz dabei, das Kampfgeist, alles, das stimmt alles. Deshalb geht es für seine zwei Stuten auch ins Finale. Die Oldenburger Siegerstute Cassie, Vollschwester von Cindy, wird mit 8,5 Zweite. Curly kommt am Ende auf 8,2 und landet somit auf Platz 5. Eine ganz besondere Pferdefamilie, die Jahr für Jahr zeigt, was sie kann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017